und da sind wir wieder in indes zum turnier ich habe gerade noch mal ein bisschen zeit gefunden deswegen nutze ich die doch um hier noch mal reinzuschauen zu viel oder kommt der dicke ich glaube jetzt warte ich erst mal ich glaube der stirbt jetzt so lege schießt er einfach auf mich hier der stirbt jetzt oder nicht und stirbt er nicht diesen zeitruppe gefangen hier verkehrt ich komme selten auf den namen hier ich denke immer vampir bledermäuse 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 racias bledermäuse So. Mal eben schnell hier ein paar töten. Nein! Hab ich getroffen? Oh, shit, 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 shit. Ich habe einer schon wieder den Ring hier unter mir vergessen. So. Schwuppdiwupp. Hier noch jemand? Da. Oh, oh. Stirb. Nein! Ah, shit. Springt der einfach weg, ey. Das war echt gemein schon wieder. So. Hab ich das schon mal erledigt? Hier hab ich angefangen, ne? Ja. Okay, 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 okay. Hallo. Ja, hier war ich ja schon. Ich glaub, das war's hier für die erste Station hier schon, ne? Ja. Würde ich mal so sagen. Dann weiter im Text hier. Hallo? Noch jemand da? Hallo? 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 Ja, hier ist keiner mehr da. Keiner mehr da. Keiner mehr da. Keiner mehr da. Weiter geht's. Weiter mal ein bisschen schneller unterwegs hier. Das ist die Zeit, die man findet, auch nutzen. Hm. So, dann gehen wir da hier runter. Oh oh, das sind mir zu viele. Das sind mir zu viele. Den habe ich nicht getroffen. Ist nicht euer Ernst. Ist nicht euer Ernst. Junge, 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 Junge. Wo ist denn der? Oh, shit, shit, shit. So weit, so gut. Abgesehen davon, dass ich eben nicht getroffen habe, wieso habe ich denn zwei Energiebalken verloren? Hä? Wo ist der Gelbe? Der Schreihals, der ist hier oben, ne? Nee. Stirbst du auch mal? Da kommt er. Da kommt er. Das muss ich nicht sehen. Wo sind die? Wo sind die? Hilfe, ich muss weg. Ich muss weg. Ich muss weg. Ach, die sterben hier durch die... Okay. Okay, okay, okay. Hi. Wow, 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 wow. Immer mit der Ruhe. Hier ist ja was los, ey. Mann, Mann, Mann. Ey, ich habe den ja wohl getroffen. Ihr wollt mich doch verarscht. Ey, da kriege ich ja das Kotzen, ne? Oh, hallo. Ey, also wenn ich den jetzt gerade nicht... Das kann doch nicht sein. Das ist doch ein Scheiß. Ne, das sind mir zu viele hier. Ich gehe erstmal weg. Nein, ja, das ist zum Kotzen. So. Ist hier noch jemand? Hier war ich schon. Ne, oder? Ja. So weit, so gut. Wo sind wir? 16.000. Allerdings auch schon einiges an Energie verloren. Wo war ich denn noch nicht? Ich weiß es schon wieder nicht. Ich bin schon wieder verwirrt. Hier war ich noch nicht. Hilf dann. Ey, come on. Ernsthaft, Leute. Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. unfassbar ich weiß ich wiederhole mich aber das ist echt es regt mich auf es regt mich auf mich auch aufregt ist irgendwie hier die kabelhaltung nicht an der pico hat die kratzt mir die ganze zeit am ohr so ich glaube hier habe ich jetzt alles oder ich denke da ist noch einer da hat sich noch einer versteckt so jetzt habe ich aber hier alle würde ich sagen bin ich von hier gekommen oder ich habe immer so orientierungsschwierigkeiten ich glaube von hier bin ich nicht gekommen da hat dieser weil die die fledermaus nicht getroffen und schon wieder daneben jetzt verkack ich es aber richtig jetzt verkack ich es aber richtig mann 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 in so gut wie tot mal wieder ich bin ja richtig da habe ich eigentlich gedacht das läuft ganz gut aber das war wohl nix da ist er wieder gestorben da ist er wieder gestorben bevor mein fall ihn erreicht hat ja schade 23.000 nicht so gut ich habe mir jetzt ehrlich ehrlich gesagt schon mehr so 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 noch ewig mit einem in einem balken kann aber nicht mehr lange dauern 25.000 fast was hatte ich beim letzten mal 26 glaube ich ne oder ob ich meinen eigenen score jetzt mindestens noch verbessern kann nein 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 muss hier raus ich muss hier raus nicht mehr wo 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 Das ist ja eigentlich immer mein Mindestziel pro Session. Das ist mein eigenes Score. Verbessere. Ich glaube, das habe ich jetzt. Ich glaube, das habe ich jetzt erreicht. Da ist ja keiner mehr. Nur noch hier der Kollege. So. Ist hier noch jemand? Hallo? Sieht nicht so aus. Sieht nicht so aus. Ich bin wohl der Einzige hier jetzt gerade. Hallo? Keiner mehr da? Und dieser Herzschlag, wenn man fast tot ist, der nervt schon. Mit der Zeit so ein bisschen. Keiner mehr da. Ja gut, dann weiter. Sieht ganz cool aus hier mit dem Nebel. Ups. Ey, ich will da hoch. Wo ist der dicke Gelbe? Direkt hier oben? Da ist er. Da kommt er. Da ist er. Da ist das doch reichen, oder? Ne. Ganz knapp nicht. Jetzt ist er weg. Nein! Daneben geschossen. Ich habe daneben geschossen. Verdammt. Naja gut. Aber ich glaube, ich habe meinen Score verbessert. 27.600. Ja, ich habe meinen verbessert. Aber nicht gut genug. Da fehlt noch einiges. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Ja, ein bisschen habe ich noch Zeit, aber nicht so viel. Mal gucken, ob ich in der Zeit noch einen zweiten One schaffe. Ich habe schon wieder nicht auf die Uhr geguckt, wann ich angefangen habe. Das vergesse ich immer. Das muss ja so vor eine Viertelstunde, 20 Minuten gewesen sein, glaube ich. So. Hallo, Fledermäuse. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. wollte ich da hoch wer wo wo bist du da hat doch wieder irgendeinen bogen gespannt und auf mich gezielt oder nein daneben oder doch nicht glück gehabt ich habe schon gedacht ich hätte daneben geschossen was wer wer schießt auf mich wo wo da hinten okay ach du je was ist denn da los was für einiges los und daneben geschossen obwohl hier hunderttausend gegner sind ich fasse nicht mann hunderttausend gegner und nicht ein pfeil trifft ja genau genau immer schön daneben schießen ist eine katastrophe nein also ich bezweifle ernsthaft dass ich irgendwie großartig besser werde hier glaube ich bekommen das nicht hin mit dem nicht daneben schießen das müsste reichen oder hast du erlebt immer noch schon fast wieder die hälfte weg hier oder ist die hälfte oder wird keine ahnung mann 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 und gerade mal 7000 so wird das nie was das ist eine zeitlupe warum habe ich jetzt eine abgezogen bekommen das ist auch kein menschen nee also das mit dem man darf nicht daneben schießen das ist nicht so meins ist hier noch jemand anscheinend nicht ist hier irgendeiner ne ne ist nur so ein Zwischending hier das ist das ist das ist das ist das ist es ist wo wo so der lächerlich was w w w w w Nein, 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 nein. Nein, 11.000. So wird das nichts. Was? So, nicht stehen bleiben. Nein. Das war knapp. Ich habe wieder den Boden fast vergessen hier. Nein. Kack. Kack. Okay. Den finde ich unfair. Ja. 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 Ich glaube schon. Oder? Ich bin hier immer so verwirrt. Ich meine von hier bin ich gekommen. Ja. Okay. Okay. Ich bin hier noch jemand. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja. 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 Damit bin ich auch erstmal wieder raus. Ich habe meinen Score ja eben schon verbessert. Immerhin. Immerhin etwas. Und ja. 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 Schauen wir mal. Ja. Wie weit ich da noch komme. Ja. 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 Ja.